Leute, die neue Season ist noch keine Woche alt und schon gibt es einen Buff und einen Nerf für Ash. Es geht recht flott, macht eigentlich einen guten Eindruck auf Respawn oder zumindest macht Respawn mit dieser Reaktion, ob der Buff oder der Nerf jetzt erstmal gerechtfertigt ist, sei erstmal dahingestellt. Aber nach Release von Season 20 so schnell schon etwas zu ändern, was vielleicht ein bisschen zu krass war, finde ich schon sehr geil und es ist ein gutes Zeichen an der Community für die Zukunft, dass sie da vielleicht schneller hinterher sind. Was hat sich bei Ash geändert? Ich habe es jetzt auch in der Firing Range ganz flott mal getestet. Es stimmt tatsächlich, sie haben die Cooldown, das ist der Buff, die Cooldown von 25 auf 20 Sekunden reduziert. Die taktische Fähigkeit der Arc Snare. Heißt, das ist im Umkehrschluss ebenfalls ein Buff für den dritten Perk oder der Lila Perk, wenn du zwei Arc Snares gleichzeitig tragen kannst. Denn der andere Perk, den du wählen kannst auf Stufe Lila, der wurde nämlich gepatcht, gebufft, nein, nicht gebufft, genervt. Der hielt zum Release von Season 20 24 Sekunden. Du konntest quasi den Arc Snare irgendwo hinschmeißen in eine Tür, damit dir die Gegner nicht hinterher rennen oder dich nicht verfolgen durch dieselbe Tür. Konntest du das blockieren und 24 Sekunden hielt dieser Arc Snare. Und das wurde jetzt auf 15 Sekunden reduziert. Ein heftiger Nerf, wie ich finde, aber ich finde es auch nicht schlimm, der Perk ist gerade mal ein paar Tage drinnen. Man konnte sich noch nicht zu sehr dran gewöhnen. Und ich finde tatsächlich den Perk mit zwei Arc Snare eh interessanter, der ja eigentlich einen Buff bekommen hat. Leute, das war es zu diesem ganz kurzen Season 20 Ash News Update. Wir sehen uns im nächsten Video.